Hi, was geht? Spieltagsvorschau-Woche 11 heute am Start. Wir haben alle Spiele, wir haben Drecksspiel der Woche, wir haben den Lock der Woche, wo ich quasi das Geld, was dieses Video hier einnimmt, spenden muss, falls ich mich vertippe bei dem Spiel. Wir haben... Meine Finger funktionieren nicht, deswegen bin ich single. Nein. Wir haben zwei Must-Watch-Games und wie immer viele interessante Tipps. Mir geht's wieder besser. Shoutout an alle, die mir gute Besserungen gewünscht haben und sowas. Was ich hatte, ähm, vorgestern? Ne, gestern. Gestern ziemlich dick Migräne, das ist eklig. Aber das Gute ist bei mir, das ist immer relativ kurz und hart. Das ist dann halt in der Zeit sehr eklig, aber relativ schnell wieder weg. Deswegen geht's mir heute eigentlich soweit gut. Bin ein bisschen schlapp. Deswegen, falls das Video irgendwie ein bisschen kürzer ist oder so, ähm, dann wisst ihr, woran's liegt. Und ich krieg auch mein einmal alle Jahre, nee, Moment, jedes Jahr einmal Husten. Ähm, wer länger auf dem Kanal ist, weiß es vielleicht, hab ich jeden Winter einmal, also keine Angst, das ist kein Corona und gar nichts, das ist einfach nur mein regulärer Husten, den ich immer hab. Oh, woraus ich trinke. Nur aus meinem Lion-Eis, was auch immer du denkst. Und ja, hier ist nichts drin. Ähm, dickes Shoutout. Das ist eine von den Sachen, die ich geschickt bekommen hab, beziehungsweise sie wurden zu Erik geschickt, aber sie waren für mich. Ähm, scheinbar packt man das in Gefrierschrank, Tiefkühler, was auch immer, und hat dann da seine Flüssigkeit drin, dann hält das das cool. Das ist geil. Ähm, nächste Sache, Handschuhe geschickt bekommen. Sehr cool. Nächste Sache, äh, rot-grau-weiß-schwarzen Camo-Sleeve für den Arm geschickt bekommen. Shoutout. Dann diese beiden Karten von Kenny Golladay und Jared Davis. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen konntet oder nicht. Die hab ich bekommen. Ich habe, es geht, es geht weiter, Jungs. Dieses Dings hier von Matthew Stafford bekommen, ich hoffe, das reflektiert nicht allzu sehr für euch. Ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und die letzte Sache, die ich noch gekriegt hab, also dieser Alliance Eclipse Mini-Helmet, der kommt da oben hin zu meinem Florida State Mini-Helmet, und dann hab ich von meinen beiden Lieblingsteamen ein, ähm, Lieblingsteam sein, was sehr, sehr geil ist. Also, Shoutout. Sofern ich Erik richtig verstanden hab, sind das Sachen von zwei verschiedenen Leuten. Einer davon ist GGT. Falls ihr den in den Kommentaren seht, dann wisst ihr, wer es ist. Das andere war sich Erik nicht mehr ganz sicher, und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also, schreib mal in die Kommentare, wer du, du bist. Aber jetzt nicht lügen. Sobald ich da mehrere Leute sehe, die sagen, ja, das ist von mir, dann bin ich sauer, weil einer davon mindestens lügt. Ach, und übrigens, die, äh, Karten waren hierin verpackt, und ich hab erstmal Hoffnung gekriegt, dass es irgendwas Illegales ist, weil es so verpackt war. Aber, ja, waren dann die Karten. Irgendjemand hat sich gewünscht, dass ich wieder die Bye-Weeks ansage. Das sind die Bills, Bears, Giants und 49ers diese Woche. Die spielen alle nicht. Okay, langes Intro, aber jetzt sind wir am Start. Wir gucken uns die Spiele an. Erstes Spiel heute Nacht. Wir haben die Cardinals gegen die Seahawks. Das war vor ein paar Wochen ja schon mal die Partie. The Vision, a game, deswegen zweimal im Jahr, ne? Damals bei den Cardinals, jetzt bei den Seahawks. Und das war sehr, sehr spannend. Ihr erinnert euch, das ging in Overtime, wenn ich mich gerade nicht vertue. Auf jeden Fall war es extrem eng im letzten Viertel oder generell das ganze Spiel über eigentlich. Russell Wilson hatte nicht unbedingt sein bestes Spiel. Die Cardinals haben ein bisschen gewackelt. Calamary hatte auch einen dummen Pick und so weiter und so fort. Aber insgesamt war es wirklich ein sehr attraktives Spiel. Deswegen, wenn ihr es euch leisten könnt, das zu gucken heute Nacht, wenn ihr noch so am Überlegen wart, hm, mach ich das, mach ich das nicht. Ich würde sagen, guckt es. Wenn es extrem einseitig ist oder langweilig war es auch immer, könnt ihr immer noch ausmachen. Aber ich denke, das wird ein geiles Spiel. Ich schätze es echt ziemlich 50-50 ein. Letztendlich tippe ich auf die Cardinals. Ich habe einfach ein bisschen Cardinals-Gefühl. Ich denke, die werden ihr Running Game sehr, sehr gut reinkriegen. Und ich denke, Calamary wird nicht dumme Fehler machen, wie er es beim ersten Spiel teilweise gemacht hat. Auf der anderen Seite, Seahawks haben defensiv halt immer noch ein Problem. Die Offense fängt jetzt auch langsam an zu stottern in manchen Spielen. Deswegen Tipp auf die Cardinals. Aber Seahawks-Fans freuen sich ja generell immer, wenn ich gegen sie tippe, weil es dann scheinbar wahrscheinlicher ist, dass sie gewinnen. Bengals gegen ein Football-Team, ein bisschen who cares, ein bisschen hey, wir greifen eventuell nächstes Jahr an. Ein Football-Team braucht einen neuen Quarterback. Bengals braucht Talent auf mehr Positionen bzw. verstärkte Lines und einfach mehr Erfahrung. Sehr, sehr junges Team, sehr vielversprechendes Team. Ein Football-Team ist auch relativ vielversprechend. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt immer noch sind, aber vor der letzten Woche war es auf jeden Fall die Nummer 1 Passing-Defense. Das ist stark. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das habe ich dann erst im Nachhinein mitgekriegt, als es Artikel gab von wegen, Stafford hatte 16 Sekunden gegen die beste Passing-Defense der Liga und hat es geschafft und so ein Quatsch. Auf jeden Fall ist es schon echt schwer, die Lines nicht choken zu lassen, wenn sie es so sehr versuchen wie am Sonntag und dann hat es nicht geklappt fürs Football-Team. Bengals haben starke Spiele gehabt dieses Jahr, letztendlich trotzdem nur zwei gewonnen, genauso wie das Football-Team. Ich denke, ich tippe trotzdem auf die Bengals. Ich hoffe, dass Joe Mixon wieder spielen kann und dann, denke ich, wird das Running Game zu viel sein fürs Football-Team. Falcons at Saints. Interessantes Spiel. Falcons kommen in letzter Zeit ein kleines bisschen mehr rein und die Saints sind jetzt auch wieder gerade auf einer richtig hohen Form. Wären die Saints noch so drauf wie vor ein paar Wochen, würde ich vielleicht überlegen, auf die Falcons zu tippen, aber so wie die Saints momentan drauf zu sein scheinen, bleibt mir dann nichts anderes übrig, als auf die Saints zu tippen. Wir sind bei meinem Lock der Woche angekommen. Die Steelers spielen bei den Jaguars. Die Jaguars sind 1-8, haben jetzt letzte Woche Stärke gespielt, Mein Mund funktioniert nicht. Auch deswegen bin ich sicher. Haben stärker gespielt als erwartet gegen die Packers, also ein echt starkes Team. Steelers sind auch ein echt starkes Team und ich denke, die Steelers, also es ist ein Trap-Game, keine Frage, aber die haben halt auch die Chance, 16-0 zu gehen. So, die haben noch die Ravens einmal, die Browns einmal und die Colts und ich glaube, das sind die einzigen Teams, die wirklich vom Roster her eine Chance haben sollten, gegen die Steelers zu gewinnen. Kann natürlich auch passieren, dass sie, wie gesagt, jetzt einfach zu unaufmerksam sind und die Jaguars überrollen sie auf einmal im dritten Viertel oder im zweiten und dann ist es zu viel für die Steelers, um noch zurückzukommen zum Ende hin. Ich tippe trotzdem auf die Steelers, denk dran, wenn die Jaguars gewinnen oder wenn es ein Unentschieden ist, dann muss ich mein Geld spenden, was dieses Video hier einnimmt. Also lasst ein Like, damit es mehr Leuten vorgeschlagen wird, damit mehr Leute sich die Werbung angucken, damit ich dann im Idealfall mehr Geld spende. Patriots spielen gegen die Texans. Die Texans sind enttäuschend und die Patriots sind so ein bisschen enttäuschend, haben jetzt aber einen sehr, sehr starken Sieg gegen die Ravens gehabt. Patriots sind für mich absolut nicht einschätzbar, dann verlieren sie auf einmal Spiele, von denen man denkt, die gewinnen sie safe, dann gewinnen sie auf einmal gegen die Ravens, wo ich nicht mitgerechnet hätte, wo, glaube ich, wenig Leute mitgerechnet hätten. Ich tippe auf die Patriots, einfach weil die Texans so strugglen momentan, aber die Texans sind halt so ein Team, denen reicht eventuell, wenn sie im Spiel drei Big Plays haben, offensiv und dann vielleicht zwei Turnover irgendwie rausgaunern können, einen Pick und dann vielleicht einen Fumble oder sowas und zack, gewinnen die. Ich denke trotzdem, die Patriots werden das reißen. Eagles spielen gegen die Browns. Eagles haben, wie ich, glaube ich, im Spieltagsrückblick schon erwähnt habe, ein schweres Restprogramm jetzt, sind aber theoretisch immer noch im Drivers' Seat, die haben immer noch die Kontrolle in der NFC East. Die Browns hingegen sind mit sechs drei eigentlich relativ stabil am Start. Da geht es natürlich nur um die Wildcard oder ich sage natürlich, es kann eigentlich ja immer noch passieren, dass sie an den Steelers vorbeikommen, aber ich sage mal, realistisch betrachtet geht es da um die Wildcard. Und da gibt es inzwischen relativ viele Teams. Ich meine, die Raiders sind sechs drei, die Ravens sind sechs drei. Also das wird nicht so einfach. Die Dolphins sind sechs drei und von denen, die ich gerade genannt habe, können halt zum Beispiel nicht alle rein in die Playoffs. Das wird schwer. Also wichtiges Spiel für die Browns. Ich denke, die werden gewinnen, aber ich vermute auch, dass es kein besonders schönes Spiel sein wird. Lions gegen Panthers. Nächstes Spiel Richtung Who Cares. Ich weiß, dass die Lions theoretisch auf den ganzen Grafiken immer noch bei In The Hunt drin sind, was Playoffs angeht, aber sind wir mal ehrlich, wir haben das Spiel gegen Washington gesehen. Und die haben eigentlich wieder versucht, das wegzujoggen und hat nicht funktioniert. Die Panthers sind ein gutes Team. Bei beiden Teams ist ein bisschen unklar, ob der Quarterback spielen wird. Und das ist halt schwer. Wenn jetzt beim einen Team zum Beispiel der Quarterback nicht spielt und beim anderen schon, dann kann das halt einen dicken Schwung in die Richtung geben. Könnte genau andersrum laufen, dann gibt es einen dicken Schwung in die Richtung. Bridgewater hat ein Innenbandzerrung, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall ein Problem mit dem Innenband. Fraglich, ob er spielen kann, aber sieht ganz gut aus. Und Stafford hat ein angerissenes Band am Daumen seiner Wurfhand. Da ist es wirklich scheinbar so 50-50, ob er spielen kann oder nicht. Das Ding bei Stafford ist, wenn er irgendwie spielen kann, dann weiß man auch, dass er spielen wird. Aber die Frage ist halt wirklich, wird er spielen können? I don't know. Ich tippe letztendlich auf die Panthers und zu Hause sind für mich vielleicht sogar talentmäßig schon das bessere Team. Und ich glaube, Brian Burns wird ein dickes Spiel haben. Auch wenn Taylor Decker, glaube ich, dieses Jahr noch keinen Sack zugelassen hat, unser Left Tackle. Ist ein bisschen unterm Radar, hat ein starkes Ja. Must-Watch-Game der frühen Spiele, natürlich die 6-3 Titans gegen die 6-3 Ravens. Es geht bei beiden drum, dass man in die Playoffs kommen möchte, natürlich. Und mir fällt gerade auf, dass ich vorhin bei den 6-3 Aufzählungen vergessen habe, dass sowohl die Titans als auch die Colts 6-3 sind. Das heißt, eins davon will auch nochmal in die Playoffs kommen. AFC Wildcard Hans sieht richtig interessant aus und das sind zwei Teams, die eventuell im Rennen sind um die Wildcard. So, denn die Colts sind vorne in der AFC South und die Steelers sind vorne in der AFC North. Das heißt, sowohl die Ravens als auch die Titans momentan nur auf einem Wildcard-Spot, beziehungsweise auf dem Weg dahin. Also das könnte richtig, richtig wichtig sein, dieses Duell, falls es vielleicht am Ende auf einen direkten Vergleich ankommt zwischen den beiden. Ich tippe auf die Ravens zu Hause, ich denke, die Defense wird Derrick Henry richtig gut im Griff haben und das wird dann vermutlich spielentscheidend sein. Drecksspiel der Woche, wir haben die Jets 0-9 gegen die Chargers 2-7 und ich bin ehrlich, das ist die Chance für die Jets. So, die Jets hätten beinahe gewonnen gegen die, was war es, Patriots, ne? Und die Chargers sind halt immer dafür gut, was wegzuchoken oder einfach aus unerfindlichen Gründen zu verlieren. Klar ist das Chargers-Team deutlich besser gecoacht und deutlich talentierter als das Jets-Team. Auch wenn man jetzt inzwischen davon ausgehen muss, dass vermutlich beide Teams nächstes Jahr neue Coaches haben werden. Aber die Chargers sind immer für sowas gut und das ist, wie gesagt, diese große, vielleicht sogar die größte Chance, für die Jets dieses Jahr einen Sieg zu kriegen und 0-16 quasi zu vermeiden. Deswegen werden die Jets vermutlich richtig, richtig heiß drauf sein, wohingegen für die Chargers irgendwie gefühlt nichts mehr da ist. Die werden definitiv nicht in die Playoffs kommen, das heißt letztendlich spielen die auch nur noch für einen höheren Draftspot. Ich weiß, die Spieler machen sowas nicht, die verlieren nicht absichtlich, aber da fehlt vielleicht trotzdem dieser Ticken Motivation. Einziges bisschen Motivation könnte hier sein, wir sind nicht das einzige Team, das gegen die Jets verliert dieses Jahr und so müssen die sich vielleicht ein bisschen auf Trab halten. Ich tippe auf die Chargers am Ende, hab ein bisschen Angst. Dolphins at Broncos. Broncos haben Probleme mit ihrem Quarterback und die Dolphins haben noch kein Spiel mit Tour als Starter verloren. Das ist interessant. Ich denke, die Defense wird zu viel sein für Drew Locke. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass die Dolphins großartig explodieren werden, aber ich glaube, die Offense weiß einfach, hey, unsere Defense und unsere Special-Teams-Einheiten dieses Jahr, die machen einen richtig guten Job. Das heißt, wir müssen nicht allzu viel irgendwie offensiv hinlegen. Wir müssen hauptsächlich verwalten und aufpassen, dass wir nicht, oh, jedes Mal beim Einatmen habe ich so ein Rasseln, ey, schlimm, und aufpassen, dass wir keine Fehler machen, keine Turnover haben, keine dummen Strafen kassieren und Behind-the-Sticks fallen und so. Deswegen denke ich, die Dolphins machen offensiv genug und defensiv halten sie die Broncos im Zaum. Es bräuchte wirklich ein gutes Spiel von Drew Locke, um irgendwie rauszukommen und das sehe ich momentan nicht passieren. Dolphins gewinnen. Und Cowboys at Vikings. Die Cowboys sahen in ihrem letzten Spiel eigentlich besser aus als erwartet. Die Vikings sehen nach dem 1-5 Start, hatten die sogar 0-5 Start, ich bin mir nicht sicher, aber nach dem 1-5 Start auf jeden Fall sehen die sehr, sehr gut aus, haben gegen die Lions gewonnen, haben gegen die Bears gewonnen. Das sind jetzt nicht unbedingt die schwersten Gegner, aber das sollten die Cowboys theoretisch auch nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass die Cowboys wieder so gut aussehen werden wie beim letzten Mal. Vielleicht sind die gut vorbereitet. Ich kann mir vorstellen, dass sie alle offensiven Ressourcen drauf verwenden, Devin Cook aufzuhalten, was ein cleverer Gameplan ist. Problem ist, die ganze Offense der Vikings baut quasi drauf auf, dass wenn ihnen das Running Game weggenommen wird, dass du dann hinter die Crossarbeit offen hast. Und deswegen denke ich, Justin Jefferson und oder Adam Thielen werden ein dickes Spiel haben. Eventuell auch ein tight end, aber ich glaube, mindestens einer, wenn nicht sogar beide, der Wide Receiver, werden ein richtig dickes Spiel haben. Must-Watch-Game der späten Spiele, natürlich Green Bay bei den Colts. Wir haben 7-2 gegen 6-3, zwei Division-Anführer in der NFC North und in der AFC South spielen gegeneinander. Die Colts zuletzt sahen gut aus, gerade Naim Heinz hat da eine starke Rolle hingelegt, hat einen starken Job gemacht auf jeden Fall. Die Packers haben gewackelt, gerade jetzt gegen die Jaguars, so knapp zu gewinnen, quasi im letzten Drive entscheidend. Das ist nicht so, wie man gewinnen will, als eventuell Superbowl-Anwärter. Das heißt, hier könnte es jetzt gut tun, nochmal ein nicht dominantes Spiel zu haben, aber zumindest einen ungefährdeten Sieg. Wisst ihr, ein Two-Possession-Game am Ende des Spiels oder ein Two-Possession-Sieg, was auch immer. Das wäre, glaube ich, wichtig für die Packers und ich denke, die können das auf jeden Fall schaffen. Und Lazard kommt jetzt wieder, das heißt, Passing-Game wird vielleicht ein Ticken potenter. Ich nehme an, das Running-Game wird auch wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen. Aber nicht vergessen, diese Colts-Defense ist echt richtig gut. Okay, Nachtspiel. Wir haben die Chiefs bei den Raiders. Das wird ein geiles Spiel, cool, dass das Nachtspiel ist. Die Raiders auf Social Media sind ein bisschen am Feuer machen. Die tun ein bisschen so, als wäre das ein Superbowl, dieses Spiel. Ist irgendwie cool, aber irgendwie auch ein bisschen... Jungs, kommt runter. Es ist ein ganz normales Regular-Siegenspiel. Ich weiß, es ist theoretisch eine Rivalry, die jetzt nicht so hitzig war die letzten Jahre. Aber wenn die Raiders jetzt gewinnen, dann haben sie halt mal schnell die Chiefs gesweept. Und das wäre mindestens interessant. Gleichzeitig sind die dann halt auch nur ein Spiel hinter den Chiefs. Und wenn die gewinnen würden, wären sie vorbei an den Chiefs. Also wenn die quasi dieses eine Spiel aufholen würden, wären sie vorbei an den Chiefs, weil sie die gesweept haben. Kann durchaus passieren, dass die Chiefs noch eins verlieren und die Raiders nicht. Das heißt, eventuell sind die Raiders sogar noch drin, um die Division zu gewinnen. Ich denke, die Chiefs wurden im ersten Spiel outcoached. Also da war einfach sehr, sehr cleveres Scheme bei den Raiders. Und die Chiefs haben es zu spät gegriffen und sind nicht mehr reingekommen, richtig. Ich denke nicht, dass es nochmal passiert. Und dementsprechend sage ich, die Chiefs gewinnen. Montagnacht. Wir haben Rams bei Buccaneers. Ein sehr interessantes NFC-Match-Up. Ich kann mir vorstellen, dass alles passiert. Das sage ich häufig zu spielen. Es stimmt auch häufig bei Spielen. Manchmal, ich suche mal hier ein Beispiel. Lions gegen Panthers. Ich kann mir vorstellen, dass die Panthers doll gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass ein von beiden Teams knapp gewinnt. Also dass es spannend wird. Ich sehe überhaupt nicht kommen, dass die Lions die wegfegen. Ich suche mal noch ein besseres Beispiel. Saints gegen Falcons. Ich kann sehen, dass die Saints knapp gewinnen. Ich kann mir eventuell noch vorstellen, dass die Falcons knapp gewinnen. Ich kann sehen, dass die Saints doll gewinnen. Ich kann überhaupt nicht kommen sehen, dass die Falcons gewinnen. Das würde mich richtig doll überraschen. Bei dem Spiel jetzt, bei Rams Buccaneers, gibt es nicht, was mich wirklich überraschen würde. Es kann doll in eine der Richtungen gehen. Es kann knapp sein am Ende. Keine Ahnung. Ich habe ein Buccaneers-Gefühl. Ich kann es nicht wirklich begründen. Außer, dass ich denke, die werden das Running Game sehr gut im Griff haben von den Rams. Und damit zerfällt die ganze Offense der Rams ein kleines bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein relatives Low-Scoring-Game wird. Das heißt, wir gucken eventuell am Ende auf unter 40 Punkte. Also haben wir unter 45. Auch das ist schon ein Shout dieses Jahr bei den vielen Punkten. Ich tippe auf die Buccaneers am Ende. Wie gesagt, das ist mehr ein Gefühl als alles andere. Und vor allem sind die Rams halt sau unbeständig. Die haben jetzt ein starkes Spiel hingelegt. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt wieder ein relativ schwaches Spiel kommt. Alles klar, das war es mit meinen Tipps. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Nochmal Shoutout für die ganzen Sachen, die ich gekriegt habe. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Ob es irgendeinen Anlass gab oder nicht. Aber ich freue mich so oder so. Wenn ihr neu seid, nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst in Zukunft. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.